Wir sind eine junge Bank und genau das ist unsere Stärke. Wir sind dynamisch, agil und ehrgeizig. Nichts ist in Stein gemeißelt, wir schreiben alles neu. Im digitalen Zeitalter der gesichtslosen Neobanken haben wir uns für den direkten Kontakt und die menschliche Beziehung entschieden. Entweder in Person oder per Mausklick. Bei Grady Agricole Next Bank brauchen wir keinen Dresscode und keine Chefbüros mehr, auch keine fixen Arbeitszeiten. Sondern wir setzen auf Freiheiten, Eigeninitiative und Verbundenheit für einen unkomplizierten, schnellen Austausch. Wir geben Raum, damit Ideen gedeihen können und jedem die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen und seinen Unternehmergeist auszuleben. Jeder Einzelne kann bei uns etwas bewegen. Ihr, Sie, Sie. Verschiedene Horizonte, aber die gleiche Ambition. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die etwas bewegen und Hürden überwinden wollen, um gemeinsam die Bank von morgen zu bauen. Und Sie, wer sind Sie? Was wollen Sie erreichen? Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.